Wieso laufen wir denn überhaupt hier lang, Littlefoot? Diesen Weg sind wir doch sonst nie gelaufen. Das ist eine Abkürzung, so kommen wir am schnellsten zu den Erwachsenen. Und die Angeber können uns hier schwerer verfolgen. Oh, das ist das geheimnisvolle Jenseits. Und es haben Wasser ganze Mengen. Die fliegenden Steine müssen einen Felsrutsch im geheimnisvollen Jenseits verursacht haben. Ja, und dieser dumme Felsrutsch hat unserem Wasser den Weg versperrt. Gehen wir, die Erwachsenen werden wissen, was zu tun ist. Das ist ein schlechtes Wetter für Fliegen. Zurück, Freunde, ich kenne einen anderen Weg! Das reicht. Für heute habt ihr genug. Das Dreihorn wird mir langsam zu herrschsüchtig. Ja, du hast recht. Feuer, ein Tal ist Feuer ausgebrochen. Bist du ganz sicher, Littlefoot? Ja, Großvater, es ist in der Nähe vom Felsendurchgang. Ja, man kann von hier aus das Feuer ganz deutlich sehen. Es ist ganz in der Nähe. Wir müssen fliehen. Um Himmels Willen. Nur keine Aufregung, wir werden euch in Sicherheit bringen. Nein, ich werde das machen. Sie sind besser dran, wenn Sie mir folgen. Hä? Mir nach! Los, kommt! Aber du gehst mit dem Wind. Dahin wird sich das Feuer ganz bestimmt ausbreiten. Wir müssen uns entgegengesetzt zum Wind bewegen. Tu, was du willst, Langhals. Aber Cera und ich werden hier lang gehen. Komm, Cera! Aber Papa! Die anderen können tun und lassen, was sie wollen. Aber du bist meine Tochter und wirst machen, was ich dir sage. Ich, ähm, ich, äh, ich gehe mit meinem Vater. Ich habe dabei kein gutes Gefühl. Oh nein, das habe ich nicht. Großmutter, Großvater, könnt ihr sie nicht aufhalten? Ich werde ihnen nachgehen, einverstanden? Ja, natürlich. Littlefoot, du kommst mit mir. Wir bringen die anderen in Sicherheit. Aber was ist mit den restlichen Sauriern hier im Tal, Großmutter? Was passiert mit ihnen? Sie werden die bekannten Fluchtwege benutzen. Kommt! Und jetzt alle mir nach. Die Kinder natürlich zuerst. Ja, die Kinder zuerst sind. Das war alles im Warnstein. Oh nein. Sera! Großmutter, was? Was ist los? Ich kann nichts mehr sehen, der Rauch. Auch du musst uns führen. Nee. Aber ich... Mir nach, Freunde! Nee. 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 Wo ist er? Ich kann nichts sehen! Die Erwachsenen können nicht gut sehen. Nein, das können sie nicht. Aber sie können hören. Folgt meiner Stimme! Jeder bleibt dicht an seinem Vordermann! Und haltet eure Köpfe unten! Es ist nicht mehr sehr weit! Bist du sicher, dass wir richtig sind, Papa? Natürlich, mein Kind! Ah, Papa! Hier lang, Sera! Oh nein! Wir sind eingestauschen, Papa! Freihorn! Hier sind wir! Nein, Sera! Alles in Ordnung, Sera! Ja, Papa! Kommt! Kommt!